Princess of Wales, das ist Fashion-Geheimnis der Royals. Catherine, Princess of Wales, 41, Königin Camilla, 75, und die anderen Frauen der britischen Königsfamilie sind stets exzellent gekleidet. Sie wissen ganz genau, dass die Augen der Öffentlichkeit auf sie gerichtet sind. Und da wollen sie sich keinen Fashion-Fopper erlauben. Der britische Modedesigner und Hoflieferant von Queen Elisabeth, 96, Stuart Parvin, hat seine Tricks verraten, um zu garantieren, dass die Frauen der Familie in keinem Marilyn Monroe-Situation geharrten. Was sein ultimativer Fashion-Hack ist, verraten wir Ihnen im Video. Verwendete Quelle, ExpressCook Verwendete Quelle, ExpressCook Verwendete Quelle, ExpressCook